Nicht Deutsch, Lü? So, nächste Runde. So, der hat nie fester geschlagen. Wow. Hm. 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 What? Ich hab die Maus angetippt. Das war ein Holzbalken. So, das ist der Name schon zweimal getroffen. Hm? Nein. Nein. Hä? Das muss ich auch nicht zurücksetzen. Beschiss. Beschiss. Oder auch Schiebung, wie auch immer. Ich hab schon gesehen, wie der an mir vorbeigeflogen ist. Ich hab den Spaß auch mit Banden umgegangen. Da ist er schon mit Bande und dann spriet der in der Schrägen über die Bande rüber. Das war falsch. Wie ich sag. So. Kommt ihr nur so vor. Oh. 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 Eeeh Ja, spring weiter, du Lurch. Du alter Lauch. Wieder rüber. Was ist denn das vom Ball? Haben wir auch die härteste Wiese genommen, die es gibt, ey. Musst ja immer ein paar Spikes dran kleben. Weserstripes. Ja genau, Powerstripes. Ein bisschen fester wäre der rausgeflogen. Weil die Ball nicht richtig aneinander klebt. Pfff. Wow. Und ein Schund. Vielleicht eine Chance. Dein Glück kommt er noch genau gegen die Kante, ey. Ja. Ja. Oh. Ach komm. Ach. Mann. Echt jetzt? Alter. Schwer. Und wieder zurück. Sauber. Ja. Ja. Ich bin da noch huckeln überall. Komm runterrollen. Und wieder zurück. Und dann bist du runtergestoßen. Ja. Ja. Geil. Ich bleib wieder unterwegs hängen hier. das loch überhaupt hier und du brauchst du jetzt mal tausend jahre bis du in meinem loch bist ich hab grad schon einmal resettet, weil mir das auf den sack geht wie lange ihr noch rollt kommt die umgestellt klappt zwar dafür bleibst du auch mit in der bahn hängen so wie ich oh mein gott ja 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 das hab ich gerade beim ersten gemacht erstmal drauf zimmern ey Ja gut, das habe ich nicht beim Zweigen gemacht. Juhu! Da habe ich wieder Bibistege drauf. Ja, ich merke das schon. Oh! Bleibste stehen. Dein Ball hat zugucken gerade. Jetzt muss ich resetten. Oh, das ist nicht das Loch, was sie suchen. Nein. Ey. Das ist immer noch ein Loch. Sonst ist... Man könnte es nicht so vor, als würde er an der Rampel mal schneller höher. Äh 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 schneller, wenn der Ball. Bleiblieb... Ach f*** dich doch, ey. Was ist immer Ball? Brauche ich gleich so. Ja, du siehst du rein? Ja, du bist? Schnell... Schnell... ONY? Meine Erne. Juhi. Wer hat der Brett dahingetan? Ich nicht. Das scheiß Brett. Das Brett des Grauens. Ja. Ja. Direkt rein. Und noch ein paar Schläger. Ja. 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 drei punkte unterschied ja ja nichts gekriegt ich habe einen katzenhut auf jeden fall dass du ihn bekommen die die jetzt auch zweimal ich habe den kopf jetzt auch und hexenhut habe ich zweimal sky habe ich dreimal top hat spiderman zweimal körper hüte die kann ich mich totschlagen ja du wolltest ja so ein bisschen feier machen ja mein letzter gut dann mache ich jetzt mein stream auch erstmal aus kann sein dass gleich noch ein bisschen star wars battle 2 spiel mal gucken ansonsten bis morgen zu dornen